So, heute Dreh bei Cleanup Erfstadt. Malte, was haben wir heute schon also gemacht? Wir sind gerade lächelig, haben am T&R gestartet, sind jetzt hier beim Schützenheim und gleich geht's zum Lipplacher Bahnhof. Da gibt's die nächste Gruppe, hier war gerade Frau Hallstein, Frau Weizen wird dann am Bahnhof sein und anschließend Blessem die Hood erkunden. Und heute Abend dreht man Fett auf. So, Cleanup Day, wenn man denn Leute fürs Drehen finden würde. Wenn ich ein paar Mal hinbeheben, lower Taste und rein in die Street darunter geht, um ich marting hierher weiter. So, wenn man anhalt, wenn man weiter geht, verschwunden werden, dann können wir sehen. So, ich bin jetzt mal zum Lippin und Olufe. So, ich muss mich mal nach oben vom Lippin, also machen und gleich auf die Natur. So, ich werde mich gleich nach oben drauf aus. So, ich werde mich schon mal nach oben drauf an. So, ich werde mich zuerst machen. So, ich werde mich nicht unter anderem. So, ich werde mich nicht klein, wenn ich ganz einfach online in der Luftkirche über ihn, So, vom eigentlichen Dreherarbeiten nochmal zurück zum Drehauto. So, und was machen wir jetzt Malte? Mal Y-Foods zippen, das Beste. Nicht bezahlte Produktplatzierung hier, ne? Ne, aber was haben wir danach vor? Wir holen jetzt erstmal die GoPro, stecken die an so ein Sammelstäbchen dran. Und machen dann eben so eine Piori-Aufnahme, die da gesammelt wird. Philipp ist gerade die Drohne anfliegen, Flo reflektiert vor sich hin. Und wir haben den ganzen Tag jetzt nicht Bescheid zu geben. Ach scheiße, der wollte ja eigentlich zum Bahnhof kommen, ne? Ups. Das schmeckt aber fantastisch. Da haben wir unsere GoPro hängen. Warum haben wir welche Pulle heute mitgenommen? Falls wir noch irgendwie das Fahrradrennen bildlich festhalten wollen. Oh Mensch, wir gucken einen mal an. Cleanup Erfstadt und die Jungs sind natürlich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Weil alles andere würde ja die Luft verschmutzen. Powered by Mercedes-Benz. So, wir haben die GoPro mit einem kleinen Rick an diese Greifzange gemacht. Damit wir aus der Perspektive des Stocks praktisch jetzt einmal sehen, die Grenzen aufzuheben und alles... Die Müsse. So, dann... Alles klar mit unten, nehmen wir unsere Aufnahme. Warte, wo dach suchst du? Licht. Licht? Gute Lichtverhältnisse. Aha, da haben wir's. Ich zeig dich da danach. Drüben ein paar Kameraaufnahmen mit unserer Bürgermeisterkandidatin und ich. Wurde dazu abgestellt, hier die Straßensperre zu machen. Für welches Auto auch immer er dann kommen soll. Aber naja... Alles dafür... Gute Shots zu kriegen. Was haben wir bisher so gefunden? Ein paar Reifen. Säcke. Sehr viele... Sehr sehr viele Säcke. Sogar noch eine Matratze unten drunter. Die ganze Crew. Ja, ja. Ist dein, ist dein Dad eine jüngere Person dann? Komm mal wieder zurück, bitte. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020